Musik Wollten wir nicht drehen? Ja, eigentlich. Ja. Draußen regnet es, wir können gar nicht drehen. Und auflassen können. Niemand sagt uns, dass wir das nicht können. Stevie? Hä? Wir drehen draußen. Scheißegal, ob es regnet. Alles klar. Ja! Wir drehen doch drin. Okay, er sieht so aus, dass du rumdisponieren. Drehen wir eine Erotikszene? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wir machen das anders. Wir bilden Teams. Team A, ihr seid für die Action zuständig. Ihr sorgt dafür, dass es im Film so richtig schön kracht. Ähm, Leute, ihr seid in meiner Wohnung. Woo, Action. Team B, ihr seid für die Comedy zuständig. Ihr sorgt dafür, dass die Leute was zu lachen haben. Und Team C, ihr seid nutzlos. Können wir auch eigene Teams bilden? So wie Team Devi. Dominant. Alter, was liest du da? Ja. Okay, Team A, geht in den Flur und schlag euch die Fresse bereit. Sir, ja, Sir. Team B, seid gefälligst lustig. Was ist an dir denn witzig? Das war. Muss ich jetzt auch meine eigenen Witze erklären? Und meine Stimme schlecht pitchen? Kann ich machen, ist kein Problem. Bist du Vlogger und kommst aus Berlin? Ähm, nein. Dann verpiss dich. Okay. Und Team C. So arbeiten Profis. Sag mal, sollten wir dich über Team C sein? So von wegen A für Action und C für Comedy? Er ist dich wohl für einen Komiker, he? Ja, so genau. Das verschafft mir ein wenig Zeit. Ich bin erstmal ne Runde vloggen. Kacken. Versteht ihr? Rollt die Montage! Komm doch, Arschkopf. Deine Mutter ist Arschkopf. Wehe, ich hab meine Mutter Arsch. Hm, Kopf. Willst du rauchen oder ballern? Baller! So, und hier drücken wir jetzt ein lustiges Telefon Grinspoon. Ich meine, der Bärschkanzinraum bietet sich dafür doch an. Lustig und so. Findest du es wirklich witzig, mit dieser Stimme zu sprechen? Findest du es lustig, deine Witze zu erklären? Du bist doch doof und stinksam agi. Weißt du? Du hast recht. Wir sollten es lassen. Wir sind nicht lustig. Und er schon ehrlich. Ich finde, wir sollten mit YouTube aufhören und uns ein anderes Hobby suchen. Das führt doch zu nichts. Und die Sachen mit dem Grinspoon können wir auch vergessen. Ja, komm, lass gehen. Au! Jetzt mal ohne Scherz. Wer hat diese scheiß unlustigen Menschen in mein Zimmer gelassen? Mann, ey. Grundgültiger. Jetzt verstehe ich das erst. Alter, das geht mal wieder voll. Ich fand mich schon lustig. Lizzie, kommst du auch? Ja, ich komme. Das war ja mal ein totaler Schuss in den Ofen. Lass mich raten. Ihr habt keinen Film zustande gekriegt. Ja, wie denn auch? Zeig ja gar kein Interesse. Ja, super. Dann kommt also nächste Woche kein Äpfel rum. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch ist. Aber wir haben den Film schon fertig. Wir haben den Gag von April nur geliehen. Wir bringen ihn nächste Woche wieder. Warum machen wir das überhaupt? Das ist gar nicht lustig. Und da war es auch schon zu Ende mit Nerds vs. Wenn du weitere Vorschläge für mehrere Teile hast, schreib es hier unten in die Kommentare. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du es uns wissen lassen. Vielen Dank an Jotans Creations für die coolen Special Effects. Und wenn ihr das Outtake-Video sehen wollt, kein Problem. Klickt einfach hier rechts. Und weil ich genau weiß, dass ihr nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr uns auf Facebook liken. Alles unten in der Videobeschreibung. See you!